Ich bin hier auf der Einführungsveranstaltung Baustoffrallye zum Studiengang Bauingenieurwesen Bachelor. Und das studiere ich, weil ich so in vielen Bereichen die Möglichkeit habe, etwas zu bewirken. Wasserbau, Siedlungswasserwirtschaft, Verkehr, Baumanagement sind nur einige Bereiche, in denen ich mich für eine moderne und nachhaltige Zukunft engagieren kann. Zum Beispiel wie hier die Gärtnerfassbrücke. Sie ist etwas ganz Besonderes. Durch den ultrahochfesten Beton konnte sie superdünn gebaut werden. Das spart Rohstoffe und Emissionen. Natürlich mitentwickelt am Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen. Solche Innovationen gelingen vor allem durch Methodenwissen, intensiven Ideenaustausch im Team und einer hervorragenden technischen Ausstattung. All das findest du hier bei uns. Neben der theoretischen Arbeit haben wir im Studium auch einen besonders hohen Praxisbezug. Durch innovative Lernformen und regelmäßige Exkursionen bekomme ich ein besseres Verständnis der Zusammenhänge. Auch das nationale Hochschulranking der Zeit zeigt, der Studiengang Bauingenieurwesen der Uni Kassel belegt stets Spitzenplätze. Gerade die gute Betreuung sticht dort hervor. Und das stimmt. Von Anfang an sind wir nicht allein. Die Uni hilft uns anzukommen. Mit Studierenden kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen hat prima geklappt. Der Uni-Campus ist modern und doch so gemütlich, dass man hier auch mal entspannen kann. Auch freizeitmäßig hat Kassel einiges zu bieten, wie eine super Kneipen- und Kulturszene. Regelmäßig findet hier die Documenta die weltgrößte Ausstellung für zeitgenössische Kunst statt. Außerdem ist es hier super grün. Der Bergpark Wilhelmshöhe mit Kassels Wahrzeichen dem Herkules ist UNESCO-Welterbe. Ohne das Bauingenieurwesen würde er so da nicht stehen. Der künstliche Tuffstein wurde hier entwickelt. Also, worauf wartest du noch? Komm zu uns an den Fachbereich Bauingenieurwesen der Universität Kassel. Und wenn du willst, kannst du mit deinem Bachelor direkt ins Berufsleben starten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017